Normal sein. Ja, so ganz. So anders. Zum Arbeiten. Jetzt geht's in die Gruppe rein. Okay, Fadina bleibt weiter und arbeitet. Die anderen laufen durch den Raum. Der Ausleser war, dass ich im Kinder-Mitmacht-Zirkus auf der Bühne war, zum ersten Mal. Da hab ich für mich gespürt, dass die Bühne für mich ist. Da hab ich was entdeckt, wo ich sag, wow, was ist das? Und danach bin ich meinen Weg gegangen. Ihr Weg hat Fadina an die private Schauspielschule Atrium in Altona geführt. Seit zwei Jahren macht die 22-Jährige hier eine Ausbildung. Sie ist mit dem Down-Syndrom auf die Welt gekommen. Erst mal ist sie eine Herausforderung für alle beteiligten Studenten. Inklusion bedeutet nicht nur, dass Fadina ändert sich in der Ausbildung, sondern die ganze Ausbildung verändert sich. Wie geh ich mit solchen Menschen um? Das war Thema für unsere ganzen Schüler. Für die Zwischenprüfung lernt sie Text für das Stück, das Kädchen von Halbronn. Leicht fällt ihr dies nicht. Dagegen ist Tanzen ihre große Stärke. Ihre Körperhaltung hat sich während der Ausbildung verändert und sie hat mehr Muskeln aufgebaut. Sie macht Kampfsport, sie macht Yoga, sie hat Tanzunterrichte, mehrere in der Woche. Das ist das, was sie am meisten mag, wo sie am meisten lacht und wo sie glücklich ist, richtig. Mit ihrem Schauspiel-Kommilitonen Don arbeitet sie häufig und gern zusammen. Am Anfang habe ich oft den Fehler begangen, dass ich sie als Down-Syndrom-Mädchen behandelt habe. Auch privat ist bei Swartina einiges in Bewegung. Zurzeit bereitet sie ihren Umzug von den Eltern in Hanstedt in Niedersachsen mitten in die HafenCity vor. Hier wird sie zusammen mit anderen behinderten Menschen und Studenten in einer Wohngemeinschaft leben. Für mich ist es ein großer Schritt, jetzt in die Selbstständigkeit selber einzusteigen. Das sage ich jetzt mal. Dass ich Dinge selber auch machen kann. Nach ihrer Ausbildung möchte sie im Theater oder beim Film arbeiten. Rollen für Menschen mit Down-Syndrom sind nicht häufig, aber es gibt sie. Und Swartina hat bereits Spuren hinterlassen. Aufgrund der guten Erfahrungen plant die Schauspielschule jetzt in jedem Jahrgang einen Studenten mit Behinderung aufzunehmen.